Versuch nochmal sie so zu halten, dann kannst du die einfach so machen. Vielleicht ist dann ein wenig anstrengend für dich. Hast du was? Second one! Ja, neue Fischart, Geistbasse! Das Ding ist, der hier wiegt 20 Gramm und der hat ein sehr großes Volumen. Der hier wiegt auch 20 Gramm und hat ein sehr kleines Volumen. Das heißt, der hier fliegt immer besser. Also ich würde vielleicht eher sowas dann versuchen. Dreher Dreher Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die sind rechts hinter dem Boot so ein bisschen. Die sind hinter dem Boot. Das hier könnte sogar was anderes sein, weil es sich hier irgendwie stärker anfühlt. Ja, wirf! Ich denke, wirf! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nein, keine. Nein, keine. Ich glaube, das ist ein Thunfisch. Ja, keine. 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 Untertitelung des ZDF, 2020